Was haben die Nazis denn unternommen, um Nachwuchs zu rekrutieren für ihre Jugendorganisationen, für die Hitlerjugend? Wie haben Sie das in Ihrem persönlichen Erfahrungsumfeld erlebt, was die da für Anstrengungen unternommen haben? Well, innerhalb einer kurzen Zeit wurden die Lehrer, die sich, die irgendwie Opposition gegen die Nazis hatten, die wurden sank und klanglos entlassen. Und die, die sich begeistert für die Nazis einsetzten, die bekamen dann die Tonangebend in der Schule. Und wir hatten innerhalb einer kurzen Zeit, da gab es Wettbewerbe von Klasse zu Klasse, wo Schüler, Klassen, die 100 Prozent Hitlerjugendmitgliedschaft beweisen konnten, wurden dann belohnt mit einem freien Tag. Und außerdem jeden Tag, kein Tag verging, ohne dass irgendein Lehrer nicht in Loben irgendwie Hitler lobte, die wunderbare Zeit, in der wir lebten unter ihm, dass wir Gott danken mussten, dass wir so einen wunderbaren Führer hatten. Und also die Propaganda hörte überhaupt nicht auf. Und wir alle dachten von Hitler, als wir sahen ihn als ein Halbgott, der das Gadsgift, Gottesgabe zu Deutschland war. Und so, wir wuchsen auf mit dieser Begeisterung, die dann von den Lehrern gefördert wurde. Und wir hatten natürlich nicht die kleinste Ahnung, was wirklich Nationalsozialismus bedeutete. Könnten Sie noch mal ein bisschen genauer beschreiben, welches Mittel Ihr Lehrer einsetzte, um sie dazu zu bringen, zum Jungvolk zu gehen, also die Klasse dazu zu bringen? Und wie war die Resonanz unter den Schülern? Well, wir hatten, wie ich sagte, wir hatten viele Klassen, wir hatten einen Wettbewerb, wo die Klasse, die die erste 100 Prozent Mitgliedschaft in der HJ hatte, wurde mit einem freien Tag belohnt. Und wir, zum Beispiel, in meiner Klasse, der Lehrer hatte ein großes Quadrat auf die Tafel gezeichnet mit Kreide und mit vielen kleinen, jedes Quadrat stellte einen Schüler dar. Und jeden Morgen, wenn wir mit dem Schulunterricht anfingen, dann wurde gefragt, wer ist gestern in die Hitlerjugend, in diesem Fall dieses Jungvolk, eingetreten? Und dann meldeten sich vielleicht drei, vier, und dann wurde ihr Name in diese kleinen Quadrate geschrieben. Und so langsam, aber sicher, füllten sich das große Quadrat, und bis dann noch eins frei war. Und das stellte sich heraus, war ich. Wollten Sie auch ins Jungvolk? Und bitte? Wollten Sie auch ins Jungvolk? Oh, absolut. Und ich habe erst dann erfahren, dass ich nicht ins Jungvolk, dass ich nicht angenommen würde, weil ich nicht Ares wäre. Und das war für mich eine riesige Enttäuschung, die dauerte eine ganze Zeit, das zu überwinden. Weil eben, ich wollte mit dabei sein, ich wollte genauso wie meine Klassenkameraden sein, ich wollte keinen Unterschied. Und das, wie gesagt, war eine riesige Enttäuschung, von der ich dauerte lange, bis ich mich davon erholt hätte. Denn es bedeutete jetzt, dass ich wirklich nicht mit dazu, ich war anders, und weil ich anders war, durfte ich nicht zu meinen Klassenkameraden gehören. Aber dann innerhalb von, erst waren natürlich alle begeisterten HJ-Mitglieder oder Jungvolk-Mitglieder, und dann innerhalb von einem Jahr, dann hörte diese Begeisterung auf. Nur ein kleiner Kern von richtig gong-ho-Jungs, die HJ-Mitglieder, behielten ihre Begeisterung für den Führer. Die anderen, nach einem Jahr, wie gesagt, gingen nicht mehr zu diesen wöchentlichen Treffen und trugen ihre Uniform nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob das so war durch ganz Deutschland, aber ich nehme an, dass diese Begeisterung, von der man Spahr und die Goebbels in seiner Propaganda ausnutzte, dass sie nicht so war, wie die Nazis es dargestellt hatten.